Rankman Ranksetter. Hallo, mein Name ist Marco Meshta und das ist das nächste Video im Ranksetter Klossar. Heute zum Thema Deep Link einfach erklärt. Deep Links sind Verknüpfungen zu einer Unterseite einer Webseite auf bestimmte Inhalte. Der Nutzer wird also tiefer, sozusagen deep, in eine Seite hineingeführt. Dies kann von fremden Seiten passieren oder durch interne Links, die auf bestimmte Unterseiten verlinkt. Man nutzt Deep Links auch, um Unterseiten im Rahmen der Suchmaschinenoptimierung zu stärken, da Linkpower und Page Strengths darauf weitergegeben werden. Aber Vorsicht, Google stuft Deep Linking möglicherweise als Manipulationsversuch ein, wenn das Verhältnis unnatürlich wirkt. So, das war es zum Thema Deep Links. Wir hören uns im nächsten Ranksetter Klossar. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.